Russisches Schnapsen oder 1000er Schnapsen ist eine Untervariante des bekannten Schnapsen. Es wird vorwiegend in Ostösterreich gespielt und häufig auch roasselnd genannt. Es ist ein sehr unkompliziertes Spiel und daher sehr leicht für Personen zu erlernen, welche schon Schnapsen oder Bauern schnapsen können. Es ist daher empfehlenswert, sich zuvor die allgemeinen Regeln des Schnapsens anzueignen. Allgemeines Russisches Schnapsen wird mit einem Paket doppeldeutscher Spielkarten zu 24 platt gespielt. Es ist ausschließlich ein Spiel für drei Spieler und somit eine willkommene Alternative für Runden, bei denen der vierte fürs Bauern schnapsen fehlt. Möchte man dennoch zu viert russisch schnapsen, so pausiert jedes Mal der Geber. Spielkarten Es existieren auch hier die üblichen vier Farben Herz, Schelle, Grün und Eichel, die BZG Elle. Der möglichen Ansager genauso von oben nach unten gereiht sind. In den einzelnen Farben sind jeweils Aszener, König, Ober, Dame, Unter, Bube und Neuner vorhanden. Diese Reihenfolge gilt auch BZG Elle. Der Stichkraft innerhalb der Farbe. Ansager König und Ober jeder Farbe bilden zusammen einen Ansager. Abhängig von der Farbe sind sie unterschiedliche Prämien wert. Herz 100 Punkte Schellen 80 Punkte Grün 60 Punkte Eichel 40 Punkte Die Ansage wird so gespielt wie beim herkömmlichen Schnapsen. König und Ober werden beim Ausspiel den anderen Spielern vorgezeigt. Der Wert der Ansage wird vom Ausspieler laut genannt und eine der beiden Karten wird ausgespielt. Die Prämie gilt erst dann, wenn man zumindest einen Stich erzielt hat. Bleibt man stichlos, so verfällt auch die Prämie. Trumpffarbe Eine Besonderheit des Russisch-Schnapsen ist die Trumpffarbe, welche innerhalb einer Partie wechseln kann. Zu Beginn gibt es keine Trumpffarbe. Eine Farbe wird erst dann Trumpf, wenn ihre Ansage gemacht wurde. Wird in derselben Partie eine weitere Ansage gemacht, so wechselt die Trumpffarbe. Es sind schon zwei Stiche gespielt worden. Bis dahin gab es kein Trumpf. Der Ausspieler bringt die Ansage 80 und spielt den Ober der Ansage aus. Ab diesen Zeitpunkt gilt Schelle als Trumpf. Weitere zwei Stiche später bringt derselbe oder ein anderer Spieler die Ansage 40 und ab diesem Ausspiel ist nun Eicheltrumpffarbe. Dieser mögliche Trumpfwechsel bzw. ein Spiel ohne Trumpf, weil keine Ansagen möglich sind oder vorhandene Ansagen zerrissen werden, machen dieses Kartenspiel sehr interessant und abwechslungsreich. Geben Der Geber gibt im Uhrzeigersinn die Karten aus. Zunächst drei an jeden Spieler, dann drei Karten verdeckt in die Tischmitte als Talon, dann zwei Karten an jeden Spieler und abschließend nochmals zwei Karten an jeden Spieler. Jeder Spieler hält nun sieben Karten, mit denen sie in die Leisitation gehen. Die Forderung auf ein Zusammenwerfen der geteilten Karten und ein nochmaliges Teilen durch den Geber ist in zwei Fällen erlaubt. Ein Spieler hält in seinem Blatt drei Neuner. Ein Spieler hält in seinem Blatt alle vier Buben. Leisitation Die Vorhand beginnt die Leisitation verpflichtend immer mit 90. Das bedeutet, dass die Vorhand mindestens 90 Punkte erreichen muss. Die anderen Spieler können nun in 10er Schritten dieses Gebot überbieten. Dies geht so lange, bis zwei Spieler hintereinander passen. Beispiel Spieler C hat die Leisitation mit 150 gewonnen, ist nun Spielaufnehmer und wird gegen Spieler A und B alleine spielen. Er muss verpflichtend mindestens 150 Punkte erreichen. Verfehlt er dieses Ziel, hat er die Partie verloren. Wie das Beispiel auch zeigt, ist es möglich, größere Schritte bei der Leisitation zu machen. Spieler A wollte mit der Ansage 140 DK Sekunden Spiel an sich reißen. Spieler C scheint aber noch ein besseres Blatt zu haben. Es ist nicht möglich, nach Talon-Aufnahme seine Ansage zu verbessern, wobei diese Regel von manchen Runden ignoriert wird. Zu Beginn des Spieles müssen sich die Spieler auf eine Variante einigen. Spieldurchführung Nachdem bei der Leisitation der Spielaufnehmer ermittelt worden ist, nimmt dieser den Talon auf, verbessert sein Blatt und verlegt verdeckt zwei unbrauchbare Karten auf den Tisch. Die Gegenspieler nehmen jeder eine der beiden vom Spielaufnehmer soheben verlegte Karten in ihr eigenes Blatt auf. Somit hat nun jeder Spieler acht Karten. Danach beginnt immer der Spielaufnehmer auszuspielen. Es gilt allgemein immer Farbzwang, Stichzwang und Trumpfzwang. Die ausgespielte Farbe muss bedient werden. Besitzt man diese Farbe nicht, so muss mit Trumpf gestochen werden. Hat man auch kein Trumpf, so darf eine Fremdfarbe zugegeben werden. Es muss in der angespielten Farbe, wenn möglich, gestochen werden. Dies gilt auch dann, wenn die angespielte Farbe bereits mit Trumpf gestochen wurde und man selber die angespielte Farbe nicht mehr besitzt. So muss mit Trumpf überstochen werden, wenn dies möglich ist. Es muss mit Trumpf gestochen werden, wenn die angespielte Farbe im eigenen Blatt nicht mehr vorhanden ist. Besitzt man auch kein Trumpf, so kann eine Fremdfarbe zugegeben werden. Abrechnung. Nachdem alle 8 Stiche gespielt worden sind, zählt jede Partei ihre Punkte, die sie in den Stichen gesammelt hat. Das Ergebnis wird immer kaufmännisch auf volle 10 Punkte gerundet. Spieler C hat im obigen Beispiel 150 angesagt. Er hat 84 Punkte eingestochen und den 60 er angesagt. Die 84 werden zu 80 Punkten abgerundet. Somit hat er seine Ansage 150 verloren, denn 80 plus 60 ist nur 140. Hätte Spieler C nur einen Punkt mehr gemacht, also 85 Punkte in seinen Stichen, so würde auf 90 Punkte aufgerundet werden und er hätte zusammen mit der Prämie die versprochenen 150 Punkte erreicht. Wird das Spielziel nicht erreicht, so wird die versprochene Ansage aus der Leihsituation dem Verlierer abgezogen. Die Punkte aus den Stichen der Gegner werden diesen gut geschrieben. Erreicht man die Ansage, so wird nur der angesagte Wert gut geschrieben. Die Punkte, die man darüber hinaus erreicht hat, verfallen. Die Gegenspieler schreiben sich wieder ihre eigenen Punkte aus ihren Stichen gut. Beim Aufschreiben selbst kann es somit nur zu Werten kommen, die durch 10 teilbar sind. Die Gesamtpartie wird logischerweise von jenem Spieler gewonnen, der die meisten Punkte erreicht hat oder der BSPW als erster 1000 Punkte erreicht hat. Varianten Manche Spielrunden erlauben auch das Erhöhen der Ansage nach Talon-Aufnahme. Für das Erreichen aller Stiche wird eine Prämie von 50 Punkten gewertet. Es besteht auch die Möglichkeit der Einführung einer Zusatzansage bei der Leihsituation ohne Talon. Das bedeutet jede Ansage bei der Leihsituation mit dem Zusatz ohne überbietet jede Ansage derselben Höhe. 140 ohne ist höher als 140. In diesem Fall nehmen sich alle Spieler Raum beginnend mit dem Spielaufnehmer einfach eine Karte aus dem Talon. Dieser Zusatz wird bei Erfolg für den Spielaufnehmer mit 20 Punkten prämiert, andernfalls mit 20 Punkten bestraft. Variante mit 36 Blatt Es wird mit einem Paket zu 36 Karten gespielt. Die Reihenfolge BZGL Der Stichkraft innerhalb der Farben ist etwas umgestellt und alle Karten haben nun einen Punkt T-Wert. Dadurch wird es schwieriger zu entscheiden, ob man lieber einen Ansager zerreißt oder doch mehr Punkte zugibt. Wenn der Gegner mit dem Ass in einer Farbe schlägt, das Teilen der Karten erfolgt nach folgendem Schema. 3 Talon 3 zu 3 Talon 3 2 2 Der Spielaufnehmer nimmt den ganzen Talon an sich und verlegt für die Gegner 4 Karten. Es sind somit 240 Punkte in den Stichen zu erreichen. Die Ansager haben nicht mehr so viel Bedeutung wie bei der normalen Variante, da man durch mehr und höhere Zählkarten auch die Möglichkeit bekommt Punkte zu sammeln. Es ist etwas leichter wieder in den Stich zurückzukommen. Die Gefahr, dass der Gegner einen Lauf an Stichen gewinnt ist allerdings auch weit größer. Die Laesitation ist leichter, da man zu Beginn immer etwas mitbieten kann. Es ist schwieriger herauszufinden, ob man ein geeignetes Blatt hat, um überhaupt mit Lizitieren zu können. Es ist viel interessanter mit allen 36 Karten zu spielen. Siehe auch, 1001